willkommen zurück beim tag an konflikt ja in den kommentaren meintet ihr oder besser sagt im discord wenn die station zerstört wird dann kommt sie irgendwann wieder ich bin also überlegen ob ich das mal darauf ankommen lasse so wir haben eine nachricht plünder hannes er ist hier unten in heimat des lichts diesmal mit drohnen und sammelt man die ganzen trümmer ein die unser wild gewordener paranide hier zurück lässt ich mache mich mal vom acker immerhin er zieht jetzt von der station weg platz da ist er so wo soll ach da drüben aber jetzt kommt er zurück er macht die station platt er macht es wirklich hoffentlich greift jetzt nicht meine drohen an er hat gewendet kahuna presse alpha und tschüss sie sprechen mit dem automatisierten kommunikationssystem welcher teufel reit knapp übernehmen sie den auftrag er war damit ja er braucht tp tut mir leid das habe ich nicht aber ich würde sagen besorgt ihr mal eine mitfahrgelegenheit wow was ist hier im sektor ein cerberus ja der kann nicht wissen m7 paranoid nemesis terracorp zentraure ist m6 also die werden nicht viel ausrichten können oh gott terracorp kein ziel wer bist du geschützt zum fabrik zubringer Wie kommen wir jetzt weit genug weg? Naja. Paranit, Militär, Odysseus. Ede, überleg dir gut, worauf du schießt. Gut, wir sind ja nicht nur zum Zugucken hier, sondern auch, um neuen SR&D zu machen. Ich habe ja noch den SR&D, den alten, den Kapitän an Bord, den Navigator, da sind sie. So. Ich glaube, in Aldrin hatte ich noch eine Springblatt zum Hängen. Da. Wie geht's dir denn? Prototyp, MHM, also er ist noch nicht ausgerüstet. Genau. 200 Megajoule-Schild installiert. Laderaumerweiterung. Ruderoptimierung. Triebwerks-Tuning installiert. Boost-Erweiterung installiert. Navigationssoftware MK1. Spezialsoftware MK1 installiert. Mehr hast du nicht. Oh. Kriegt der jetzt Action? Ne. Nicht viel. Ich glaube, der versucht mal eine Drohne zu erwischen. Oh, guck mich das an hier. Kahuna-Fleischblöcke. Gott. Container, ja toll. Energieplasma-Werfer. Energiezellen. Oh, weia. Persönlicher Logbuch. Ihr Schiff A. Ja, das hat man ja mitgekriegt. Und hier ist die Rettungsplasse. Hat man auch mitgekriegt. Genau, die haben ja eingesammelt. Mensch, jetzt sollte ich mal endlich löschen. Was hat das jetzt? Ein Schiff, wahr? Junge, du fängst langsam an zu nerven. Sie sprechen mit dem. Gibt es etwas, womit ich ihn? Oh, übertrage jetzt die Daten. Diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie daran interessiert? Verteidigen Sie die Station und das ist simpel für 150.000. Erledigen Sie mal ein M2. Hahaha. Der macht den ganzen Sektor platt. Oh, weia. So, ich drehe mich mal aus der Sonne schnell, dass ich ein bisschen was sehe. Aldrin. Da. Ähm. Gibt es hier wieder Waffen? MAM-Werfer, zwei Stück. Der andere hat auch nur MAM-Werfer. Ja, da muss ich die erstmal mitnehmen. Äh, was haben wir noch? Nahrungsmittel, Natur, habe ich. Nee, der hat nur die beiden Waffenproduktionsbasen hier unten. Ich dachte, was gäbe noch eine dritte drüben. Warte, der hat doch hier. MAM-Werfer, Schockwellenkanonen. Der hat nichts. Und da drüben hat er MAM-Werfer. Na, davon habe ich ja genug. Okay, da muss ich zu der runterfliegen. Die Springblatt sind wir hier, wa? Kommando-Konsole, Navigation, Docker an. Äh, da. Was ist du denn da? Wir räumen den ganzen Kleidkram weg. Und das soll es? Eskorte? Naja, gut. Aber ihr seht, die M6 und M7 sind alle weg. Oh, Mann. Mein Plünder, Hannes, der ist bald, der ist bald voll. Den muss ich mal abladen gehen. Ha, 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 ha. Was brauchst du hier, Geschütz-Zonfabrik? Kahuna-Fleischblöcke, Energiezellen, Erz. Frage ist, ob es so eine gute Idee ist, wenn der Plünder, Hannes, jetzt darüber fliegt und andockt. Wo bist du denn da? Doch, das geht. Pass mal auf, Plünder, Hannes. Kommando, Kommando-Konsole, Navigation, Docker. Ah, ne, ich muss ja warten, bis die Drohnen zurück sind, wa? Genau, die sammelt der jetzt noch alle ein. Vielleicht sollte ich die abschalten. So. Jetzt müssen die Drohnen alle nach Hause kommen, wa? Genau. Wie bist du denn? Mistral. Schon wieder der Zubringer. Ach ja, was ich gucken wollte, ich möchte den M2 kaufen. Als SR und D. Äh, Stationseinstellung, gelandete Schiffe. Du hast 8.000 Fracht, genau. Du hast 11.000, da kaufe ich lieber einen Jochen. Da waren die großen, grünen, wa? Genau. Weil der hat mir Treibstoff bei. Er geht auf Nummer sicher. Okay, also. Ähm. Jochen gab's hier. Handel. Da, rochen. Notsignal von Omikron Lyrae. Oh, oh. Omikron? Ach, ein Harrier. Kein Ziel. Paranit Militär Odysseus. Oh, jetzt kriegt er was. Wer ist da angekommen? Ne, nur Kleinkram. Nova. Na toll. Aber die Paradide haben auch mehr Leute hier drin. Und paar Argon. Stark im Arm kommt jetzt auch schon. Er breitet sich aus. Na ja, die haben sie ein bisschen angekratzt. Gut. Plünder Hannes. Ah, da kommen die letzten. Okay. Beeilt euch, Freunde. Ich wollte Königsthal ein Rochen kaufen. Ach so, ich wollte gucken, wie viel Geld ich habe. Oh. 91.000 Uhr? Der kostet 86. Jochen, Jochen, Jochen. Was kostet eine Boreas? Wobei, die meisten Komponenten habe ich ja. Ich könnte sie also kaufen. Na gut, mir finden wir ein Gigaschul-Schilder. Ach, das ist wieder Mist. Ich hole mir Geld, bis ich 100 Millionen zusammen habe. Gut. Mist. Ich gucke nochmal, was der Boreas kostet. Aber der dürfte auch nicht so viel billiger sein. Heimat der Legende. Handel. 91.000 Uhr ist sogar teurer. Notsignal von Hakkivas Glaube. So, Hakkivas Glaube. Pirat Bussard. Shit. Da muss ich jetzt hin. Wir nehmen dich. Lassen wir was vom Sektor übrig, okay? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiiere Sprung. Okay. Bis die Drohne angekommen ist. Erreiche System. Aktivast Glaube. Bin ich wieder da. Pirat Ziel aufgeschaltet. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Pirat Harrier. So. Ganz schnell. Ja, schade. Es war ein eigener Sektor. Da gibt es keine Prämie für Piraten. Ich kann hier selber eine zahlen. Ziel ist nur ein. Ziel ist manchen. Ich bin ja nicht lebensmühle. Zielerfassung. Nein. Mist. Tor. Torux Bad. Mist. Raumkraut. Ja. Toll. Bringt mir ja was. Was? Der ist da gerade reingekommen. Ach, niemand. Okay. Eine Rasterraffinerie bei mir? Okay. Also von der Argon. Okay. So. Herren wir mal zurück. Nach Heimat des Lichts. Wordert sich ganz aus. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Heimat des Lichts. Okay, wo ist der Junge? Da. Marine Infanterie Ausbildungseinrichtung. Paranit. Militär. Odysseus. Macht dann jetzt so platt. So. Mistral. Universumshändler? Ach so, am anderen Ende des Sektors. Okay. Plünderhannes. Kommando, Kommandokonsolen, Navigation. Springe und fliege zur Station. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sie sprechen mit dem... Was soll es sein? Schön von Ihnen... Verschlüssel jetzt die Daten für die Übertragung. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Wolkenbasis Südwest. Biron-Ion-Kanonenschmiede. Ich denke mal, es dürfte mal ein paar Aufträge kommen, die hier reingehen. So, wo ist denn der Junge? Da. Guckt euch mal das Loch hier. Guckt euch mal eine Mütter an. Da fehlt aber mehr als nur Heimat des Lichts. Und wie sind alle um ihn rum? Kein Ziel. Paranith Militär. Odysseus. Nehmen wir sie es. Der macht sich... Achso, das haben die liegen lassen, die Drohnen beim Einsteigen. Weil der es nicht mehr geschafft hat. Da kommt der Nächste rein. Da kommt der Nächste rein. Ich glaube, der will den Kleinen da haben. So... So... SR und D Versorger. Du bist ein Erzgürtel, Annikoff. Versorger, Zulieferer. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Schiffe in Besitz. Abholer. Ach, SR&D-Versorger. Ja, Moment. Das war ja was anderes. Stimmt. Du wolltest ja hier nur ein bisschen was abliegen. Du hast ja alles abgeliefert. Hä? Siliziumscheiben? 25... Ach, du bist in der 25-Megajoule-Schild. Ja, schon gut. Ähm, Stationseinstellungen. Stimmt. 25-Megajoule-Schild installiert. Über 600 Kristall ist zu viel, okay. Ressourcen hast du. Energiezellen hast du auch. Da kannst du mir mal ein paar abgeben. Energiezellen, transferiert. So. Gut. Ach ja, das ist erzglücklich. Ich habe das nicht. Okay. Alles klar. 600.000 Credits. Alles klar. Entschuldigung, mein Fehler. So. Oh. Der hat gar keinen Sprungantrieb. Ja, und fliegt doch mal bitte nach Heimat, das Licht, zur Terrakorb und hol den neuen Sprungantrieb. Verdammter Mist. Wie mache ich denn das jetzt? Der ist bei Erzgürtel. Entweder kommt er hier durch oder hier durch. Ja, komm nach Hause. Docke mal an. Im Ausrüstungs-Doc. An-Doc erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Okay. Da ist er immer noch, der Verrückte. Ne, greifst. Die Handelsschatz. Ne, die Schiffe. Ach, den Kleinen da. Fump. Auweia, ist das Böse. Madiago machen auch nichts. Argon Prime? Hast du nichts mehr? Doch hier. Mammut. Hightech-Warenhändler. Hightech-Warenhändler. Wo ist die Argon 1 hin? Also doch. Ach, die war nur außer Radarreichweite. Äh, was macht die hier unten? Willst du nicht langsamer durch das Tor fliegen? Na gut. Wo bleibt meine SR und D Spring Blossom? Da. Ah, ist gleich angekommen. Gut. Guckt euch das an hier. Kaputt. Kaputt. Tja. Licht aus und Heimat des Lichts. So, wo ist mein Plünder Hannes? Auch gleich angekommen. Gut. Kann ich irgendwo sehen, ob die, äh, daraus Skript macht, was ich, äh, Quatsch, äh, Argon erklären den Paraniten den Krieg oder so? Apropos, ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass es teilweise Racheaufträge gibt. Hier ist kein Argonne. Nö. Mistral. Geschützt zum Fabrik Zubringer. Ach so, habe ich eigentlich den Abholer schon wieder klar gemacht? Du hast ja schon fünf Geschütztürme. Das heißt, ich muss jetzt, äh, gelandete Schiffe den Abholer klar machen. Kommando, Konsole, Handel, äh, interne Warnlogistik, Produktlinie, Geschütztürme. Genau. Ähm, Produzenten. Trantor, geschützt zum Fabrik. Verbraucher. Otas, Trantor M2. Ja. Kommando akzeptiert. So. Gut. Wo ist der Paranide? Kristallfabrik M Alpha. Paranide, Militär, Odysseus. Gut. Er wäre jetzt mal eine Geschütztürme, theoretisch hier abgeholt, da sind null drin. Okay. Da gehen die rüber. Plünder Hannes, kommt gleich an. Perfekt. Eingehende Nachricht. Plünder Hannes, Stationseinstellungen. Also, Energiezellen. Energiezellen, transferiert. Kahuna Fleischblöcker, transferiert. Gut. Energiezellen, kann ich eigentlich fast alle wegmachen, Energiezellen, transferiert. Ein Notsprung. Kommando, Kommando, Konsolen, Navigation, gehe mal zur Position. Äh. Eingehende Nachricht. Wo ist er dort? Das heißt, ich gehe hier hin. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Ja doch, immer mit der Ruhe. Plünder Hannes. Aktivieren wir wieder. Kampfdrohne. Bergungscrew. Bereit. So. Spring Blasmus ist angekommen. Ja. Du kaufst. Prototyp. Materie an dem Prototyp. Starbust Schockwellenkanone. Installiert. So. Haben wir hier noch was. Lande-Computer. Lebenserhaltung für Zielprojektionserweiterung. Installiert. Triplex-Scanner. Installiert. Okay. Ja, mit den Waffen. Den Rest holst du dir bei mir ab. Okay. Also kannst du ja gar nicht springen. Oh. Hast du gar keinen Sprungantrieb? Dock mal bitte an. Äh. Wo wollt man jetzt noch hin? Mist. Jetzt muss ich gucken, wo das war. So. Du bist leer. Du bist leer. Du bist leer. Du bist leer. Die hat nur Prototyp-MHM-Werfer. Da bist du gerade. Da kommst du her. Ja, es ist eigentlich egal, wo du hingehst. Wo bist du jetzt gerade? Pass auf, Vorschlag. Kommando, Kommandos, Konsole, Navigation, Dock mal an. Eingehende Nachricht. Energieproduktionsbasis. Da. Eins, zwei, drei. Nimmst du die hier? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. SRD-Versorge machen wir gleich. Ich hole jetzt, bevor ich es vergesse. Äh, gelandete Schiffe. Den. Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, Springen und Fliegen zur Station. Aldrin. Ähm, Energieproduktionsbasis war die hier. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Notsignal von Schatzkammer. Oh. Schatzkammer. Das ist bei, äh... Ach, ein Pirat. Das ist ein Pirat. Ist kein Xenon. Okay. Moment, da sind Frachter von mir. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90. Oh, der ist ja schon da unten. Ich, initiiere Sprung. Wir machen alles platt. Erreiche System. Schatzkammer. Pirat. Kurierdienst. Ja, das hat sich auskuriert. Zielerfassung. 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 Äh? Ziel verloren. Ziel aufgeschaltet. Kein Ziel. Ich habe die da jetzt auf 5 Uhr abgeschaltet. Warum treffe ich die nicht? Ziel verlässt Feuerreichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, dank der in die Aragonische Föderation für ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten sie 500 Credits. So. Gut. Halt. So. Omikron Lyrae. Osttur. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. S&D Versorgung. Initiere Sprung. Den wollte ich noch machen. Erreiche System. Omikron Lyrae. Aber ich muss gleich wieder zurück und auf die Paralyse aufgreifen. Komplizentrum Alpha. Ganz schnell auftanken. Andock Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oh, wir haben wieder rausgeschnitzt. Energiezellen. 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 Transferiert. Danke. Heimat des Nichts. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Heimat des Lichts. So. Gleich wieder in Beobachtungsposition gehen. Hat jemand keine Laser. Ich weiß. Die habe ich euch abgebaut. Wo ist der Verrückte? Der ist leicht zu erhängen. Militär. Und es ist wieder einer kaputt. Der hat keine Laser. Da, nehmen wir es. Okay. Der schießt nicht auf meine Drohnen. Das ist gut. Boah. Ist das viel Zeug. Wie voll ist denn jetzt der? Ja, der hat schon wieder 3000 Fracht drin. Aber es hat sich noch keiner gefunden, der den platt machen will. Militär Odysseus. Die Nemesis. Und ein Zertauern haben wir hier. Der kann nicht viel ausrichten. Na gut. So. Die Springblatt. Ah ja, richtig. Die Springblatt. Wollt ihr noch? Ah ne. Der SR und D wollte handeln. So. Mal gucken. Patrouillen-Software installiert. Zielprojektionserweiterung installiert. Genau. Da hast du alles. Phase Repetition, brauche ich keiner. Kommando, Kommandos, Konsole, Navigation. Do, komm mal bitte an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Plünderhandels. Genau. Du bist jetzt hier. Und deine Drohnen sammeln alles ein. Der ist gleich fertig. Machen wir mal ein nächstes Mal. Ihr seht schon, wie der Kabel schon wieder weit überzogen. Ich finde es einfach interessant, wie weit der das Spiel jetzt hier zerlegt. Ja toll. Ach, da sind auch Paraniten hier. Phomp. Nächste kaputt. Das wird ein richtiger Krieg. Egal. Ich werde die Show hier noch eine Weile genießen. Und sage einfach Danke für's Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem. See you later.